Hi, zu dir spricht Sergej Lenz. Heute verrate ich dir einen Fehler, denn viele Frauen machen, die verliebt sind in einen Mann. Die verliebt sind in einen Mann, der ihnen wirklich sehr viel bedeutet, der sehr wichtig für sie ist. Und dieser Fehler sorgt dafür, dass der Mann auf Distanz geht, dass der Mann das Interesse verliert und sich einer Frau zuwendet, die diesen Fehler nicht macht. Und ich verrate dir natürlich auch, wie du diesen Fehler umgehst. Doch bevor ich dazu komme, sorge dafür, dass du diesem Video ein Like gibst, dass du meinen Kanal abonnierst und dass du die Benachrichtigung aktivierst, um kein Video mehr zu verpassen. Also, der Fehler, von dem ich hier spreche, der auch in deinem Leben schon zu sehr, sehr vielen Misserfolgen wahrscheinlich geführt hat, Den machen Frauen im Zustand, wo sie wirklich starkes Interesse für einen Mann haben. Vor allem am Anfang der Kommunikation, so in den nächsten paar Wochen oder in den nächsten Monaten, neigen sie dazu, diesen Fehler zu machen, der natürlich dazu führt, dass der Mann wirklich sich entfernt. Dass der Mann, auch wenn er die Frau am Anfang toll gefunden hat, sich auf Distanz bewegt, sich immer weniger meldet und letztendlich auch sich komplett abkapselt. Dieser Fehler besteht darin, dass die Frau ihm unbewusst, und zwar die ganze Zeit, zeigt, wie sehr er ihr gefällt, wie sehr sie ihn braucht, wie viel er ihr bedeutet. Ja, das bedeutet, sie macht es die ganze Zeit. Und darin liegt der Fehler. Vor allem, wenn der Mann sich noch nicht bewiesen hat, wenn der Mann noch nicht seine Eigenschaften unter Beweis gestellt hat als Partner, als potenzieller Kandidat für eine Beziehung. Ist die Frau schon bereit, einfach alles mit ihm zu machen, auszuwandern, auf einer einsamen Insel, Familie zu gründen, oder sie ist bereits in dem Modus, wo sie schon ausgewandert und eine Familie gegründet haben. Also dieses Spielchen, es sorgt dafür, dass dein Wert für ihn sinkt, und zwar rapide. Denn damit strahlst du einen gewissen Mangel aus. Das bedeutet, du zeigst, ich habe niemanden außer dir. Du bist der Einzige für mich, obwohl du noch nicht gemacht hast. Obwohl du dich noch nicht bewiesen hast, bist du schon für mich mein Ein und Alles. Und du bist mir so wichtig, dass ich es mir nicht erlauben kann, dich zu verlieren. Deswegen tanze ich auf Eierschalen um dich herum und versuche dich zu belullen, damit du ja nicht weggehst. Und das zeigt sich in den Messages, die du schreibst. Das zeigt sich in den Worten, die du ihm sagst. Das zeigt sich in deinen Blicken und vor allem auch in diesen schweren, komplizierten Themen, die du irgendwann ausgräbst. So quasi, wie siehst du uns eigentlich? Was ist das eigentlich zwischen uns? Ja, wo der Mann merkt, hey, du analysierst die Situation nicht adäquat. Du nimmst die Realität nicht so realitätsnah wahr. Ja, du, so obwohl du ihn noch nicht kennst, obwohl er seine Qualitäten als Partner noch nie bewiesen hat, bist du schon bereit, dich auf einem Silbertablett zu präsentieren und deine Pfötchen nach oben auszustrecken, so quasi, mach mit mir, was du willst. So, ich bin deins. Ja, und das ist natürlich etwas, was ihm zeigt, was einem wertvollen Mann, einem psychisch gesunden Mann, einem emotional gesunden Mann, einem intelligenten Mann, zeigt, der sein Leben kontrolliert, der eine gute Connection mit dem Leben hat, der weiß, wie man im Leben handelt. Du zeigst ihm damit, dass du keine gute Partie bist, wenn du dazu neigst, aufgrund von Gefühlszuständen deinen Blick für die Realität zu verlieren. Ja, weil, wie sieht dann unsere Partnerschaft aus? Kannst du mir den Rücken frei halten, wenn du so agierst? Ja, wenn du noch bevor da irgendwas ist, in einen Modus reinkommst, wo du mir die ganze Zeit zeigst, dass ich quasi der Einzige bin. Ja, nochmal, das kommt aus einem Defizitzustand, aus einem Mangelzustand. Dieser Mangelzustand rührt teilweise aus dem, aus einem geringen Selbstwert, der natürlich verbunden ist mit einer geringen Auswahl an wertvollen Männern in deinem Leben. Ja, das bedeutet, es gibt einfach keine anderen Männer, mit denen du dich triffst. Es gibt keine wertvollen Männer, die um dich konkurrieren, die um dich kämpfen, die deine Gunst gewinnen wollen, deswegen, ja, kommt er so ein bisschen so rein spaziert, hallo, ja, und du bist schon, ah, oh, da ist er, ja. Und das ist halt der Moment, wo, nochmal, gesunde Männer auf Distanz gehen, wo es ihnen einfach langweilig wird, ja, weil sie in dir keine würdige Partnerin sehen. Egal, wie toll du im Business bist, egal, wie selbstsicher und stark und unabhängig du in anderen Lebensbereichen bist, egal, wie erfolgreich du bist in deinem Berufsleben, egal, wie toll deine Freunde sind und deine Beziehungen, wenn du dich mit ihm so zeigst, dann bist du für ihn so. Ja, das bedeutet, als Partnerin bist du nicht so wertvoll für ihn, ja. Ja, und es belastet ihn auch, ja, er weiß nicht, was er in so einer Situation machen soll, wenn du nach zwei Wochen so ausgräbst, so quasi, wie siehst du uns, was ist das zwischen uns und so weiter. Ja, und natürlich auch, zeigst du ihm, und deswegen ist es auch belastend für ihn, dass er für dich eine gewisse Krücke darstellt, eine emotionale Krücke. Die, bitteschön, deine emotionalen Zustände regulieren soll, ja, weil du selbst damit nicht klarkommst. Das ist eine Belastung, eine zusätzliche Belastung, weil er hat wahrscheinlich mit seinen eigenen Sachen auch zu tun, ja, und als Partnerin solltest du solche Sachen schon selbst managen, als ebenbürtige Partnerin auf Augenhöhe, so dass er weiß, hey, er muss nicht die ganze Zeit da intervenieren und schauen, ja, muss ich da jetzt ran, muss ich da jetzt irgendwas, also, du sagst, dass wenn wir zusammen sind, dann werde ich deinen ganzen Fokus einnehmen, weil dann fühle ich mich bestätigt, dann fühle ich mich, keine Ahnung, angenommen und wenn ich das mal, wenn ich dieses Gefühl mal nicht habe, dann werde ich Stress machen, dann werde ich irgendwie versuchen, dich entweder zu belullen oder eben Druck auf dich auszuüben, damit du das tust, ja, das bedeutet, das machen wir unterbewusst. Diese Prognose, die dazu führt, dass nochmal Männer mit einem gesunden Mindset auf die Stanz gehen, aber Männer mit einem ungesunden Mindset, Manipulatoren jeglicher Couleur, irgendwelche neurotischen Typen, ja, irgendwelche Typen mit Defiziten in ihrer Persönlichkeit, sich von dir wie von einem Magneten angezogen fühlen, die anfangen, dich zu manipulieren, die anfangen, mit dir Spielchen zu spielen, ja, mal bin ich da, mal bin ich weg, mal bin ich da, mal bin ich weg, ja, weil sie diese Bestätigung, weil sie dich nutzen in diesem Zustand als Bestätigung dafür, dass er ein toller Hecht ist, ja. Ja, das bedeutet, so in diesem Modus, ja, so mit diesem Muster, mit diesem Verhaltensmuster, ja, das ist ein unbewusstes inneres Verhaltensmuster, bist du verflucht. Wertvolle Männer, auf wertvolle Männer, naja, wie so ein Repellent, also etwas Abweisendes zu wirken, etwas Abschreckendes und auf Manipulatoren eher wie ein Magnet zu wirken, ja, so das ist nichts, was dich erfüllt in deinem Liebesleben und vielleicht gern so solche Situationen. Ja, nochmal, wie löst du das? Zuerst, ja, ist es wichtig, dass selbst wenn der Mann dir gefällt, ja, dass du ihm das nicht die ganze Zeit zeigst, also durch deine Texte, die du schreibst, durch deine Worte, durch deine Blicke, durch die Gespräche, durch irgendwelche Sachen, einfach um von ihm diese Bestätigung zu bekommen, ja, weil, nochmal, das zeugt von deiner Unsicherheit, das zeugt von deiner, ähm, ja, etwas veränderten Realitätswahrnehmung, sondern tropfenweise, ja, mal ist der Moment da, so ein Funke, dann ist dieser Funke weg, dann unterhalten wir uns ganz cool und ganz lustig über irgendwelche anderen Themen oder verbringen anderweitig Zeit miteinander oder verbringen Zeit ohne einander, ja, und da bist du auch gut drauf. Ja, du brauchst ihn nicht die ganze Zeit, ja, sondern du genießt ihn in den Momenten, wo, naja, wo das passt. Wenn er sich beweist, ja, das bedeutet, er muss in bestimmten Situationen investieren. Es gibt, ja, und das ist das, was viele Frauen nicht verstehen, das ist das, was viele Frauen falsch angehen, die Kommunikation mit einem Mann, eine Beziehung mit einem Mann hat Phasen, ja, und wenn du in der, in der einen Phase bist, dich aber so verhältst, als wäre es du bereits in einer weitaus weiteren Phase, dann neigst du dazu, geringwertiges Verhalten an den Takt zu legen, was ihn, naja, auf Distanz bringt. Und diese Phasen sind, ja, am Anfang haben wir das Kennenlernen. Kennenlernen. Ja, eine wichtige Phase ist aber nur die erste Phase. Ja, dann haben wir die Phase, wo wir texten, wo wir telefonieren, schreiben. Dann haben wir eine Phase, wo wir, ja, wo wir uns treffen, wo wir Dates haben, ja, die ersten paar Dates, also die ersten zwei, drei, vier Dates. Dann haben wir die Phase, wo wir eine Connection zueinander aufbauen, ja, wir beschnüffeln uns. Wir schauen, wie passt es zwischen uns. Ja, das ist die Phase der Connection. Und diese Phase kann ein paar Monate dauern. Zwei, drei Monate. Dann gibt es die Phase der Beziehung, ja, wo wir dann offiziell zusammen sind. Ja, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Beziehung. Und dann gibt es natürlich die Phase drüber. Ja, das ist die Phase der Familie. Ja, egal, was deine Familienpläne sind, ja, wenn du mit einem Mann in eine Beziehung reingehst, ja, ohne dieses Mindset, dass Familie das Heiligste ist, nicht das Dating ist das Heiligste, ja, nicht das Texten ist das Heiligste, sondern das ist das Heiligste. Dann, wenn du das nicht ausstrahlst, als Message, also du musst es ihm nicht mal sagen, aber dieses Mindset, ja, dass das der Sinn und Zweck einer Beziehung ist, wenn du das nicht ausstrahlst, dann wirst du keine Anziehung erzeugen bei Männern, die auf Beziehung aus sind. Ja, weil nochmal, ein Mann geht nur dann eine Beziehung mit einer Frau ein. Er committet sich nur dann, wenn er sich vorstellt, dass das hier wirklich ernsthaft sein kann. Ja, das bedeutet, dass es auch eine Phase, die natürlich advanced ist, ja, wir werden jetzt nicht so sehr darüber sprechen, naja, nur du musst wissen, sie ist wichtig, ja. Und was viele Frauen machen, ist, dass sie einen Mann-Typ kennenlernen und er ist so süß und er sieht so toll aus und er hat eine so tolle Energie und er ist so, ja, ist einfach so männlich und er ist so, so unvorhersehbar und alles ist einfach, ja, so, ich fühle mich so wie ein kleines Mädchen neben ihm. Dann beginnt die Phase des Textens, ja, und wir schreiben und wir telefonieren und manchmal schreiben wir uns romantische Sachen und, und, und das Gefühl, wenn ich eine Message von ihm bekomme, ist einfach so toll. Ja, und sie gehen hier bereits in den Modus der Beziehung, ja, so bereits hier. Es ist ein Gefühl, ja, und sie verhalten sich dann so, als ob sie in der Beziehung drin sind und sie versuchen ihm irgendwelche tollen Sachen zu sagen und sie versuchen ihm so diese magische Connection herzustellen, ja, so, sie versuchen mit ihm so zu kommunizieren, als wären sie schon in einer Beziehung In der Hoffnung, dass der Mann mit dem Gleichen antwortet, ja, das bedeutet, wir überspringen mal diese ganzen Phasen, weil wir schreiben ja, ja, vielleicht haben wir uns noch nicht mal kennengelernt, vielleicht haben wir uns noch nicht mal getroffen, ja, aber wir schreiben und es ist so wundervoll und es ist ein besonderer Mann, das ist ein wertvoller Mann, was ich, habt ihr euch schon getroffen? Nein, so, du kennst ihn noch nicht, du schreibst nicht mit ihm, du schreibst mit etwas in deinem Kopf, ja, du hast mit etwas in deinem Kopf eine Beziehung eingegangen Und lebst in eine Illusion, aber du verhältst dich so, als ob ihr in der Beziehung seid und machst damit Dinge, die deinen Wert senken, ja, du kommunizierst mit ihm, hey, du hast noch nichts gemacht Egal, ja, egal was du machst, du hast mich schon, ja, ich bin bereit, so jetzt, sofort, Familie gründen, alles, alles machen Ja, und das ist, ja, oder ihr trefft euch ein paar Mal und du bist schon, ah, das ist so magisch, ja, also das ist ja eine Beziehung und irgendwann kommt es letztendlich und du beginnst da so ein bisschen vorzutasten, dabei seid ihr noch nicht da und ihr seid dort noch nicht, weil er noch nichts gemacht hat, um aufzusteigen Ja, das bedeutet, zwischen diesen Übergängen müssen, ja, da natürlich auch, zwischen diesen Übergängen muss er Dinge zeigen, er muss Dinge an den Tag legen Die, ähm, von seinem Interesse zeugen, die, also gewisse Investitionen, in welcher Form auch immer, ja, also jetzt nicht unbedingt Geld Ja, aber seine Aufmerksamkeit, du fühlst, dass er wirklich gefesselt von dir ist Du fühlst, wie er dich behandelt, ja, dass er sich oft mit dir treffen möchte Dass er immer rangeht, wenn du ihn anrufst Dass er dich anruft und dich wirklich fragt, wie es dir geht Dass er sich für deinen Lebensweg interessiert und nicht einfach sagt Hey, was machst du am Freitag, da habe ich so ein bisschen Zeit, da können wir mal ein bisschen, ja, bei dir Ja, so, du kannst ja lecker kochen und dann schauen wir Netflix und dann schauen wir uns deine Briefmarkensammlung an Ja, und, ähm, das bedeutet, er investiert nichts Aber du bist in diesem Modus, ja, und, äh, in diesem Modus zeigst du eben, dass, ähm, dein Wert, dass du, dass du es akzeptierst Er kann sich verhalten wie hier Und du verhältst dich so wie hier, ja, er fühlt sich natürlich wie der tollste Hecht Weil er sich alles nehmen kann, aber er will nichts geben, ja, er will ihn nehmen Und gehen Und das macht er bei einer Frau, die einen geringen Wertfühlen hat Ja, das bedeutet, du musst darauf achten, dass er in jeder Phase investiert Aktiv investiert In den Übergang in eine andere Phase Dann seid ihr tatsächlich in einer anderen Phase Ja, dann seid ihr wirklich in einer Connection Phase Ja, du versuchst nicht Ja, so, wir hatten zwei Dates Und, ähm, so Er hat nichts wirklich gemacht Aber du willst und du, äh, arbeitest für eure Connection, du arbeitest für eure Beziehung Und du investierst Gedanken, du investierst Gefühle, du investierst deine Anrufe, deine Messages, ja, irgendwelche Worte Um ihn anzulocken Aber so funktioniert es nicht, ja, wenn ihr noch nicht in dieser Ebene seid, musst du runter Auf die Ebene, wo ihr jetzt seid Dafür musst du die Situation konkret analysieren Was passiert gerade zwischen uns Gefühle hin oder her, ja, Gefühle sind toll Aber wenn du aus Gefühlen heraus deinen Kopf ausschaltest Dann bist du als Partnerin für einen gesunden Mann nicht interessant Ja, für einen Mann, der mit der Realität ein gutes Verhältnis hat Weil du mit der Realität kein gutes Verhältnis hast, ja, deswegen musst du lernen Wie du in diesen Phasen agierst Was du konkret hier tust Ja, wie du einen Mann so kennenlernst Dass du von Anfang an in der richtigen Schublade dich positionierst Und nicht in der falschen Wie du mit ihm richtig textest Wie du mit ihm richtig telefonierst Wie du mit ihm richtig kommunizierst Wie du bei Dates vorgehst Wie du diese Connection zwischen euch herstellst Ja, nochmal, dieser Prozess kann ein paar Monate dauern Wie du in einer, wie du ihn, also wie du agierst, um diesen Übergang hier zu bekommen Zwischen Connection und einer Beziehung Und natürlich, wie du weitergehst und auch dort agierst Ja, du musst dich auskennen in diesen Sachen Damit du nicht Dinge machst, die eure Connection zerstören Und damit du vor allem auch keine Dinge machst, die seine Gefühle zerstören Ja, weil sobald du etwas, also wenn du etwas machst Vor allem wenn du mehrmals etwas machst, was deinen Wert senkt Bam, seid ihr schon in der Stufe drunter Und vielleicht noch in einer Stufe drunter Und vielleicht noch eine und noch eine und noch eine Ja, wo das Ganze halt in der Stufe Null ist Ja, das bedeutet, du musst wissen, wie du in diesen Phasen agierst Und wie du diese Übergänge herstellst Und wie du vor allem ihn beeinflusst Damit er investiert Damit er sich einbringt Ja, weil einfach so Ja, wenn du genügend Selbstwert hast Wenn du Würde hast Wenn du eine wertvolle Frau bist Die bereit ist zu gehen Wenn der Mann sich schlecht behandelt Wenn der Mann sie nicht adäquat behandelt Dann wirst du das nicht zulassen Weil du eine Auswahl an wertvollen Männern hast Weil du das beherrschst Wenn du das lernen willst Wenn du diese ganzen Sachen lernen und beherrschen willst Wenn du sie aktiv anwenden willst Und damit dein Liebesleben gezielt in die richtige Richtung lenken willst Dann bewirb dich zu meinem Coaching Wo ich dir genau das beibringe Ja, weil es vom Anfang bis zum Ende Ja, also es gibt ja kein Ende Ja, es ist ein Weg Ja, du lernst Wie du den Weg richtig gehst Sodass er dich erfüllt Sodass er deinen Partner erfüllt Und ihn somit an dich fesselt Ja Und wie du vor allem ihn dazu bringst In dir eine wertvolle Frau zu sehen Für die er Also gern investiert Ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt Aber Er investiert nicht Weil er es muss Sondern weil er nicht anders kann Er will Und er hofft, dass du es auch willst Auf diese höheren Stufen zu kommen Ja Ja, in meinem Training lernst du genau das In der Beschreibung zum Video Findest du einen Link Zu einer kostenlosen Beratungssession Wo du dich eintragen kannst Du füllst dein Formular aus Und wir melden uns bei dir Und ja Bringen in Erfahrung In welcher Situation du bist Wo du hin willst Und wie du hinkommst Ja Und wenn du dieses Video Nützlich fandest Wenn es dir gefallen hat Freue ich mich über dein Like Abonniere diesen Kanal Und hinterlasse mir gerne einen Kommentar Was du zu diesem Thema meinst Ich freue mich immer von dir zu lesen Und wir sehen uns beim nächsten Video Dein Sergei Linz Und wir sehen uns beim nächsten Mal